...der kommt ins Viertelfinale. Das Viertelfinale ist das Viertelfinale. Der Mann mit dem Link, der Carsten und der Schwarzen. Er wird noch mal in die Kiste, aber dann runter in die Aue holt sich der Norweger. Das Rennen kommt ins Viertelfinale. Applaus für unseren Teilnehmer aus 17.0 Peter Ville. Und Applaus für den Viertelfinale.